Captain D, wir stehen unter Beschuss! Scotty, Ausweichmanöver einleiten! Wir verlieren zunehmende Leistung! Spock, volle Energie auf die Deflektorschilde! Wir können das Schiff nicht behalten! Data, Nebeltarnvorhang und raus! Smoke Factory, simply the best! Event Rookie, der Podcast aus der Veranstaltung Spawn. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge dieses Podcasts für dieses Jahr, denn wir sind bei Ausgabe 8. Ja, hallo, ich finde es total geil zu sagen, letzte Podcast-Ausgabe für dieses Jahr. Was ist denn, wenn das einer 2018 hört? Ja, dann hat er hoffentlich festgestellt, dass es danach noch ganz viele andere Folgen gibt. Also, letzte Folge für 2017. Richtig, Folge 8 von 2017. Das ist der Hammer. Wie machen wir das dann eigentlich 2018? Fangen wir dann wieder bei 1 an? Das ist die Frage, ob wir eine zweite Staffel machen oder einfach weiterzählen. Bei Staffeln hast du halt nicht so die Jubiläen. Das ist halt immer, ah, noch eine Folge 8. Sozusagen Folge 50! Ja. Oh Gott, weißt du, wie alt wir dann sind? Ja, warte mal. Wow. Ja, in sechseinhalb Jahren können wir Folge... Ja, nee, wir haben ja schon eine, also in fünfeinhalb Jahren. Verrückt. Ja, haben wir uns ein bisschen was vorgegeben. Da bin ich dann quasi fast 30. Wow. Ein bisschen mehr. Geht's dir gut? Ja. Jetzt in deinem jungen Alter. Jetzt geht's gerade noch so. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Wohl wahr. Nee, alles gut. Sommer gut überstanden und jetzt wird's auch langsam ein bisschen ruhiger bei mir. Also so die letzten Wochen war schon echt eine ordentliche Schlagzahl. Aber jetzt gehen wir langsam runter. Slow ich langsam runter. Genau. Ja, es wird ja auch langsam herbstig. Es wird kühler. Die Zeitumstellung war, was ich super nervig finde. Eigentlich ist es nervig. Auf der anderen Seite hat man so ein paar Wochen dann noch, wo es wieder hell draußen ist, wenn man aufsteht. Ich finde das grauenhaft, dieses Wachwerden und es ist dunkel draußen. Das macht so schlechte Laune. Ja, also früher, als ich noch richtig unmenschliche Arbeitszeiten hatte, nicht nur unmenschlich, sondern richtig unmenschlich, da war das echt zum Kotzen, weil ich war in der Arbeit, bevor es hell geworden ist und ich bin erst wieder gegangen, als es dunkel war. Und dann ist wirklich Freizeit nur Dunkelheit. Das ist nicht cool. Nee, das ist nicht so wie beim Event-Ruki. Du kommst um zwölf, gehst um eins, ist doch total geil. Super. Beste. Und bei dir? Alles gut? Ich habe gerade tierische Kopfschmerzen, was relativ untypisch für mich ist. Aber die Kollegen haben schon gesagt, es könnte Föhn sein. Und der Föhn, der Föhn. Warum sagt man eigentlich tierisch? Haben Tiere auch Kopfschmerzen? Tierische Kopfschmerzen? Vielleicht, weil es animalisch ist. Ach so. Sehr extrem. Ja. Ich weiß es nicht. Ich finde deine Erklärung immer gut. Das ist alles eine Erklärung. Egal, ob es stimmt oder nicht. Am meisten stimmt sie nicht. Ach nee. Naja, nee, aber wie gesagt, sonst alles super. Sehr schön. Genau, wie gesagt, es geht auf 2018 zu. Wo ich gleich mal den Schwenk zu unserem Showbilder-Jahreskalender finde. Oh ja. Den ich ja echt ziemlich cool finde. Riesengroß. Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich finde ihn viel besser, als ich ihn mir vorgestellt habe, als er in der Planung war. Ja. Also, ähm, ja, das ist echt scheiße, dass die Leute sich den nicht so in Natur angucken können, weil er ist wirklich cool geworden. Ja. Ja, vor allem halt auch wirklich dadurch, dass er echt groß ist. Ich meine, Dina 2 klingt erstmal so nach, naja, Dina 4 ist auch nicht groß, dann wird Dina 2 auch nicht so viel größer sein. Aber der ist schon echt groß. Und dann halt doch echt gute Fotos. Ja. Nee, finde ich. Von den verschiedensten Konzerten. Da könnte man, da kann man dann jeden Monat raten, oder? Ja, wobei, es steht unten im Exo, aber, also erstmal nicht gucken, sondern erstmal raten, was es sein könnte. Oder direkt unten rechts die Ecke komplett rausschneiden im ganzen, im ganzen Kanäle. Dann kann man auch immer raten. Wegstanzen. Ja. Nee, also Leute, wie gesagt, schaut es euch mal an bei uns im Shop, unser www.lycro.de. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, denke ich mal. Absolut. Gut. Und noch, noch ist Zeit. Noch geht's. Noch ist Zeit und noch sind welche da, genau. Haben wir nur 250 Stück limitiert quasi gemacht. Wenn die weg sind, sind sie weg. Ende passt da aus. Ja. Sehr gut. Ich glaube, ich hab, ich bin auf neun, neun Motive bin ich drauf gekommen, was es ist sofort. Ich dachte schon, wollte jetzt sagen, auf neun Motiven bist du auch mit drauf. Ach so, ja, ja, klar. Der Event-Hookie-Selfie-Kalender. Ich wette, der würde sich nicht gut verkaufen. Wer weiß. Ach ja. Ja, jetzt haben wir gerade von tierisch gesprochen. Jetzt, ja, ich freue mich auf diese Überleitung, jetzt bin ich gespannt. Du warst bei einer entweder tierischen Rockband oder tierisch alten Rockband. Tatsächlich war ich als Jugendlicher sehr, sehr großer Fan von der Band. Okay. Also mit meinen ersten CDs waren Alben von dieser Band. Ich konnte nie so richtig was mit denen anfangen, musikmäßig. Haben wir auch legendäre Album-Cover. Also ich weiß, dass es damals Tierschütze auf den Plan gerufen hat, weil sie ja ein gepierstes Kuhäuter hatten. Das war natürlich eine Fotomontage, aber hat gereicht, um einen Skandal auszulösen. Ach, so war das in den 90ern. Da konnte man mit sowas noch Skandale hervorrufen. Genau. Dann haben die ein Album, das heißt Pump. Da haben sie zwei Pickup-Trucks, die aufeinander stehen, so als würde einer den anderen begatten. Okay. Und ja, ich glaube, das ist dann schon das Spektakulärste gewesen. Aber ja, als Jugendlicher, bevor ich dann in die etwas härtere Ecke gegangen bin, so Richtung Metallica und so weiter, war ich ein riesiger Aerosmith-Fan. Okay. Und du hast sie live gesehen. Genau. Ich habe sie auf der jetzt vergangenen Tour live in Köln in der Lanxess-Arena gesehen, was, glaube ich, auch das letzte Konzert war mit dem Setup, mit dem Design. Und ja, ich sage jetzt mal so, von ihrem Europa-Tournee-Part war das, glaube ich, entweder das letzte oder eines der letzten Konzerte. Okay. Ja. Und der Tourname lässt ja auch darauf schließen, dass nicht mehr so viel danach kommt, oder? Ja, also genau. Wortspiel-Tour heißt ja Ero Viderci Baby. Also nicht Ari Viderci, wie es eigentlich heißt, sondern halt angelehnt an den Bandnamen Aerosmith Ero Viderci. Genau, fand ich auch vom Lichtdesigner im Interview ganz cool erklärt, dass das ganz am Anfang war das halt wirklich, sollte das sowas wie die Abschlusstournee werden. Deswegen halt auch wirklich dieser Tourneename, was ja nichts anderes heißt als Tschüss. Kurz nach dem Start der Tournee haben sie dann aber alles wieder revidiert und haben gesagt, naja, Abschlusstournee wollen wir es mal noch nicht so stehen lassen, weil wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann nochmal, deswegen nennen wir es mal nicht Abschlusstournee. Die Enkel wollen auch aufs College. Genau, deswegen hat man mal schnell aus dem Tschüss ein Auf Wiedersehen gemacht, weil das nämlich auch so übersetzt werden kann. Genau, deswegen, wie gesagt, hat die Tour mehrere Bedeutungen im Endeffekt. Also ja, es war erstmal die Abschlusstournee, dann wieder nicht und eigentlich ist es mehr oder weniger ein Auf Wiedersehen und mal gucken, was da jetzt noch kommt oder nicht kommt oder wie auch immer. Okay. Genau. Ja, also es sind ja wirklich, wirklich Leute, die schon lange dabei sind. Also ich habe sie, wie gesagt, so in den 90ern entdeckt, aber da waren sie ja, also da haben sie ja quasi ihren zweiten Frühling gehabt. Die waren ja in den 70ern schon mal ganz groß, sind ja, ja, also waren richtige Stars in den 70ern und sind dann ein bisschen abgerutscht. Die 70er hat doch übertrieben. Ne, ich glaube. 80er. 80er, glaube ich. Ende 70 haben sie sich, glaube ich, gegründet und dann Anfang, Mitte der 80er. Okay, sie haben es auf jeden Fall geschafft, sich dann kaputt zu machen mit Drogen und Rangeleien in der Band und haben aber mehr oder weniger zur Erfindung des Crossover beigetragen, in dem sie, ja, Pate standen für Run DMC, die Walk This Way geremixed haben. Ja. Und genau, im Video sind nur zwei der Bands zu sehen, weil sie da gerade auch wieder zerstritten waren, aber danach hat man sich zusammengerauft und ja, hat halt, wie gesagt, in den 90ern ein unfassbares Comeback gefeiert. Ja. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr lange, egal wie lange jetzt, auf jeden Fall sehr, sehr lange Bühnenerfahrung und es gab ja da auch ein bisschen das Konzept, die Bühnenshow ein bisschen an die Anfänge zu orientieren oder an die Zeit, oder? Ja, genau, also der Lichtdesigner war Cosmo Wilson, der ist auch zum Beispiel mit einem Lichtdesigner von ACDC, ist auch mit ACDC auf Tour und so weiter, ist auch, ja, ich sag jetzt mal alteingesessener Lichtdesigner, ist jetzt auch keiner der nachwachsenden Generationen sozusagen, sondern der wird jetzt, ja, ohne ihn jetzt irgendwie, ja, schlecht dastehen zu lassen oder so, ich denke mal, dass er so um die 60, 65 vielleicht ist, Jahre alt sozusagen. Genau, und das Konzept der Band und auch sein Konzept sollte halt wirklich sein, so im Endeffekt, ja, so ein Oldschool-Design zu machen. Also die Band wollte wirklich nix groß Modernes, die sollten sich auf ihre Musik konzentrieren und ringsherum sollte es halt wirklich rockig sein und wirklich, ja, wie in so einem, wie in den 90er oder 80er, 90er Jahren halt, wenn man sich da irgendwie Aufzeichnungen anguckt von Rockbands, was weiß ich, lass es Queen sein oder halt, wie gesagt, Aerosmith oder viele andere, war es halt geprägt von Parkern und da gab es halt noch nicht wirklich groß Moving Lights, deswegen war viel statisches Licht und genau, das wollte der Cosmo halt sozusagen in die Neuzeit transferieren und jetzt auf dieser Tour, ja, so ein ähnliches Design, ähnliches Konzept fahren. Das ist eigentlich, es passt halt einfach zu der Band, es war halt echt cool. Aber da ist er ja sicher auch auf die, dass sie die eine oder andere Schwierigkeit gestoßen, oder? Ja, definitiv. Also anfänglich hat er wirklich mal überlegt, okay, komm, wir machen das Ganze halt wie klassisch damals mit den Parkern. Wir gucken, dass wir ganz viele Parkern hinhängen und einfach nur einen Look machen, so wie es damals auch war. Vielleicht kannst du da noch mal kurz für die Hörer, die jetzt nicht aus der Branche sind, erklären, was denn Parkern sind. Ja, ich versuche es einfach mal. Also Parkern sind im Endeffekt, ja, es sind Scheinwerfer. Aber man kennt sie, wie gesagt, vor allem von damals noch bei den sogenannten Sechser-Bars. Da hast du sechs von diesen Parkern an einer Stange sozusagen hängen, direkt nebeneinander. Sind, ja, längliche Scheinwerfer, silbern meistens und haben als Leuchtmittel, da gibt's drei unterschiedliche. Das war CP60, CP61 und CP62. CP60 hatte im Endeffekt vorne eine ganz normale Linse, also eine klare Linse sozusagen. Das bedeutet, da hattest du einen sehr engen Abstrahlwinkel. Dann gab's CP61. Ich glaube, das hat man sogar auch Trabi-Lampe genannt. War halt auch, also es war ja so leicht angeraut. Dadurch hattest du einen etwas breiteren Abstrahlwinkel und CP62 war wirklich so eine richtig geriffelte, eine geriffelte Optik davor. Und da hattest du einen weiten Abstrahlwinkel. Und je nachdem, was du halt machen wolltest, wie du es und wo du es einsetzen wolltest, hast du dir halt überlegt, welches Leuchtmittel machst du jetzt in deine Parkhanne rein. Okay. Und konntest damit, wie gesagt, dann halt leuchten. Dann hast du vorne einen Farbfilterrahmen gehabt. Da konntest du dir sozusagen, ja, eine Farbe aussuchen, Farbfilter einfach reinmachen in diesen Rahmen. Also so klassische Folien, oder? So klassische Folien, genau, richtig. Und ja, ich sag mal, der Klassiker war wirklich so die Amerika-Farben, dass du da irgendwie einen weiß lässt, also ungefiltert, dann rot und blau. Dann hattest du ganz unterschiedliche Varianten. Wenn das da auch mal Magenta und vielleicht ein Ember, also so eine Art Orange gemacht hast oder ähnliches. Das war wirklich immer ganz individuell. Du musstest dich halt im Vorhinein, sag ich jetzt mal, für eine Farbe entscheiden. Du hast halt gesagt, okay, mein Design soll so und so aussehen. Also nehme ich die und die Farben mit rein und das damit dann damals. Und wenn du verschiedene Designs haben wolltest, musst du halt entsprechend Lampen in die Decke hängen, oder? Genau so ist es. Also dann hattest du halt auch teilweise irgendwie von diesen Sechser-Bars halt nicht nebeneinander welche oder viele hängen, sondern da hattest du vielleicht zwei, drei Reihen übereinander und dann auch über die Breite gesehen, dass du wirklich, sag ich jetzt mal, die unteren einfach anders filtern konntest als die anderen, um da ja ganz, ganz unterschiedliche Looks kreieren zu können. Weil während der Show kannst du halt nicht einfach mal einen Fahrfilter wechseln, sondern wenn das einmal hängt, dann hängt's. Ja. Und das ist es halt. Und genau, wie gesagt, das war die Idee vom Cosmo, das dieses Jahr oder bei der Tournee auch wieder so zu machen. Ist aber so kaum noch umsetzbar. Also bei der Größe der Shows, die es heutzutage gibt und die es heutzutage auch sind, brauchst du einfach unzählig viele Scheinwerfer. Und er hatte halt auch erzählt, dass es, erstens war das Problem, so viel überhaupt ranzukriegen, weil er hatte, komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen, sag ich jetzt mal, die Ersatzlampe oder die Alternative, davon hat er ja 272 Stück, glaube ich, nur im Dach hängen. Okay. Das bedeutet, er hätte halt auch ungefähr 272 Parkern gebraucht. Wie gesagt, die kriegst du heutzutage kaum noch in der hohen Anzahl, wenn sind sie so abgerockt, dass du sie eigentlich kaum noch mit auf Tour nehmen kannst oder willst. Und das ganz, ganz große Problem ist einfach der Strombedarf, weil du hast pro Scheinwerfer hast du halt, das ist halt ein 1kw, also du hast halt 1000 Watt pro Scheinwerfer. So, wenn du jetzt mal einfach, ne, wollen wir mal ein bisschen Mathematik verwenden, 272, mal 1000 Watt, ja, da brauchst du einfach mal Power. Du brauchst dazu ja auch noch die Dimmer und, und, und. Also es ist ja nicht nur mit den Scheinwerfern getan. So, das war das Problem, dass das relativ schnell, ich glaube, hat ganz am Anfang der Tour oder wo sie irgendwie ein Promo-Gig gemacht haben, ich glaube, da hat das sogar mit Parkern gemacht, hat dann aber einfach festgestellt, dass die Geräte, ja, für eine Tour gar nicht mehr ausreichen und, ne, ging nicht. Ist ja auch wahrscheinlich eine recht respektable Hitzentwicklung. Absolut, na klar, also da schmorzst du ordentlich auf der Bühne. Ich meine, es geht immer noch, aber weil Hitze steigt halt nach oben und nicht nach unten. Das bedeutet, du hast auf der Bühne, ist es warm, natürlich ist es auch wärmer als mit anderen Leuchtmitteln, die es heutzutage gibt, aber es ist jetzt nicht so, dass du da nicht performen kannst. Okay. Wie gesagt, er hat dann nach einer Alternative geguckt, wollte natürlich auf LED umsteigen, weil alles andere, wie gesagt, macht halt strommäßig auch keinen Sinn. Und da hatte er einfach das Problem, dass er kaum eine Lampe gefunden hat oder, ja, Designansprüchen, sage ich jetzt mal, genügend getragen haben. Die diesen Look widerspiegeln. Die genau diesen Look. Er wollte halt, dass wirklich die Leute denken, okay, es ist ein Parkern-Look. Es sieht aus wie damals. So, und viele LED-Scheinwerfer, entweder sie haben einen zu breiten Abstrahlwinkel, weil es halt irgendwie Washlights sind, dann sieht es auch nicht mehr so richtig cool aus. Oder aber, wenn sie einen engen Abstrahlwinkel haben, dann siehst du halt die einzelnen LED-Pixel. Das wollte er auch nicht. Und deswegen hat er dann irgendwann die X4 von GLP gefunden. Und das, hat er gesagt, das war für ihn dann wirklich so das Ding, wo er gesagt hat, okay, damit kriege ich diesen Look hin. Okay. Und davon hat er halt diese 272 besagten Stück in seinem Lichtdesign integriert. Okay. Ja. Also das Coole war auch, er hat es auch wirklich so genutzt, wie man sich halt so einen Oldschool-Parkern-Look vorstellt. Also auch wenn es Moving Lights sind, die haben sich so gut wie nicht bewegt. Also die waren wirklich, wenn, dann mal ganz minimal, ganz leichte Bewegung. Aber er hatte ganz, ganz viele oben über der Bühne. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ja, so eine Art Rautenform oder irgendwie so. Also ganz, ganz dezent Rautenform. Die haben sich, glaube ich, wirklich, ja, eigentlich überhaupt nicht bewegt. Links und rechts hat er auch noch ein paar, die eher so nach unten gerichtet waren. Die haben sich so ein bisschen bewegt. Und auch während der einzelnen Songs gab es da keine Farbveränderung oder ähnliches. Also es war jetzt wirklich nicht so, dass er die, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, als Oldschool-Look verwendet hat, aber doch die moderne Technik verwendet, sondern er hat wirklich geguckt, okay, bei dem Song nutze ich, was weiß ich, ein Magenta und ein Weiß. Und dann hat sich das auch während des Songs so gehalten. Und im nächsten Song, klar, hat er natürlich dann geguckt, dass er andere Farben nutzt, weil die Möglichkeit von so einem Farbwechseler nimmt man dann natürlich mit. Ja. Aber wie gesagt, alles sehr, sehr dezent, um einfach dieses, dieses alte Feeling wieder aufblühen zu lassen. Haben Sie dann auf Follow-Spots gesetzt oder wirklich gar keine Bewegung mit der Band irgendwie? Nein, natürlich. Also ich sage mal, das gab es ja früher auch schon. Früher gab es ja auch schon Follow-Spots und alles Mögliche. Ja, deswegen frage ich. Klar, also du musst natürlich auch irgendwie gucken, dass du die Musiker ausleuchtest. Die hatten halt auch eine große, also keine große B-Stage, aber halt eine B-Stage, die halt über einen Steg mit der Main-Stage verbunden war. Und natürlich musst du schauen, dass die Musiker halt immer irgendwie in einem ordentlichen Licht dastehen. Und da man heutzutage eigentlich so gut wie gar nicht mehr mit einer Front-Traverse, also mit Frontlicht arbeitet, musst du halt irgendwie gucken, dass du, dass du von vorne oder auch von der Seite von oben und so weiter einfach es hinkriegst, die Musiker auf der Bühne auszuleuchten. Und das machst du eigentlich dann immer mit, mit, mit Follow-Spots. Und apropos Follow-Spots und Ausleuchten, das ist mittlerweile auch wirklich, ja, ich sage jetzt mal eigentlich fast Gang und Gebe, dass es auch nicht nur ein Follow-Spot gibt, der wirklich, also früher, wo ich selber noch die Ausbildung gemacht habe und selber noch Techniker war, da war es wirklich Gang und Gebe. Okay, da wurde von vorne halt stupider, einfach mal Follow-Spot drauf, damit erst mal entweder ein Moderator, Musiker oder irgendjemand halt wirklich im Licht steht. Mittlerweile, vor allem bei den großen Shows, geht man dazu über, dass man mehrere Follow-Spots hat, dass man einen von vorne hat, vielleicht noch jeweils einen von links und rechts und einen von oben oder von unten, äh, von hinten, um, ich sage jetzt mal, diese 3D-Perspektive wirklich hinzukriegen. Weil wenn du einfach nur von vorne auf jemanden drauf leuchtest, dann sieht der halt wie, ich sage jetzt mal im Fernsehen aus, dann ist es halt 2D. Du siehst keine Struktur, was den Kopf angeht, was die Seiten angeht, sondern es ist einfach nur wie vorne so eine Leinwand, die angeleuchtet wird. Das heißt also, die mehreren Spots leuchten aber auf denselben Punkt. Genau, die leuchten im Endeffekt auf denselben Musiker, auf dieselbe Person. Leuchten halt einfach nur, wie gesagt, dass du halt die Seiten noch beleuchtet hast, also die Schultern und so weiter. Und von hinten oder von oben, dass du halt den Kopf beleuchtet hast. Und dadurch entsteht ja sozusagen eine 3D-Figur. Und dadurch hast du einfach als Zuschauer sieht es halt, ja, räumlicher aus und plastischer. Es ist genau, es ist halt einfach, ja, der Künstler steht halt besser da. Okay. Und genau, das wird wie gesagt jetzt mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr häufig angewendet. Und da werden wir wahrscheinlich in unserem nächsten Podcast noch einiges mehr drüber erzählen, weil bei Metallica, wo ich jetzt war, da haben sie das quasi fast zum Perfektion betrieben. Okay. Aber da müssen sich die Hörer leider noch ein bisschen gedulden. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ja, finde ich ja auch interessant. Ich meine, man könnte ja auch eitel sein, wenn man dann doch schon ein gewisses Alter erreicht hat, möchte man vielleicht gar nicht mehr so gut ausgeleuchtet sein. Aber da gab es keine Bedenken. Nee, also wie gesagt, das ist, das Ding ist auch, dass du, es sieht auch einfach besser aus. Also wie gesagt, wenn du jetzt stupide von vorne drauf gehst, dann hast du keine Schatten, kein gar nichts. Dann hast du einfach nur vorne dein Gesicht und dein Körper von vorne ist halt einfach nur hell. Und du hast halt wirklich, ja, keine Plastik drin, kein gar nichts. Und deswegen ist es eher so, würde ich mal fast sagen, dass wenn die Leute in ein gewisses Alter kommen, dass sie dann noch mehr im Endeffekt von allen Seiten ausgeleuchtet werden wollen. Einfach, damit es noch ein bisschen besser aussieht und damit man halt nicht jede Falte sieht, die so irgendwie ... Sonst einen Schatten werfen würde, wenn du nur, ja, okay, verstehe. Genau. Ja. Ja, cool. Ja, aber du kannst ja eigentlich froh sein, dass du Aerosmith noch gesehen hast, weil ein wenig später war es ja dann vorbei, oder? Ja, also ich weiß nicht, was mit diesem Jahr los ist und mit diesem Sommer und wie auch immer. Aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, das Jahr der Konzert- und Tourneerbrüche. Also was letztes Jahr oder die letzten Jahre immer die Festivals waren, die wegen Wetter und so weiter abgebrochen wurden, so irgendwie dieses Jahr die Tourneen und das nicht wegen Wetter, sondern irgendwie wegen Gesundheit. Deswegen, ja, die Aerosmith-Tour wurde dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob sie kommt, ich glaube, die wurde komplett abgesagt, die wird auch nicht mehr nachgeholt, weil Steven Tyler, der Frontsänger, ja, ins Krankenhaus musste, beziehungsweise halt sein gesundheitslicher Zustand diesem ganzen Tour-Trubel nicht mehr standgehalten hat. Und genau, deswegen war das dann irgendwann so, dass Management und alle gesagt haben, okay, hier, Ende im Gelände. Die Tour wird jetzt erstmal abgebrochen. Ich glaube, seine Art zu singen ist auch körperlich anstrengend. Ja, also wie gesagt, generell, ich meine, ich habe ihn ja auf der Bühne gesehen und also die einen würden sagen, okay, in dem Alter noch so einen Körper haben, das ist schon hui, weil ich glaube, der ist jetzt 69 oder 70 oder irgendwie so. Und der ist halt wirklich einfach nur ein Strich in der Landschaft. Also das Ding ist halt, ja, wie gesagt. Nicht wie andere Stars, irgendwie einen dicken Bauch und kaschieren. Ja, genau. Und das ist halt, kann ich mir aber auch vorstellen, dass das für so einen Körper jetzt gar nicht so doll ist, wenn du da wirklich so halb abgemagert bist. Und so eine Tournee ist auch einfach körperlich und auch seelisch echt anstrengend. Also ich meine, es sieht immer alles so leicht aus, also egal ob Band oder Techniker. Ja, wenn man als Zuschauer irgendwo zu so einem Konzert, zu so einer Tour geht, dann sieht das halt immer klar wie eine Glitzerwelt aus. Ich meine, da stehen irgendwie ein paar Musiker auf der Bühne, die lachen, die scherzen, die haben ihren Spaß, die machen Musik. Zwei Stunden Arbeit. Zwei Stunden Arbeit und danach ab in den Flieger, ins Hotel, in den Bus oder wo auch immer und dann ist alles super. Aber es ist halt einfach Hardcore-Arbeit. Also wie gesagt, ich selber war auch auf einer Tour mit dabei und das ist, wenn du halt irgendwie morgens um acht oder so in die Halle kommst und dann wird erstmal aufgebaut und dann musst du vielleicht noch programmieren. Dann machst du die Show abends, dann wird noch abgebaut. Ich meine, als Programmierer oder als jemand am Pult, je nachdem wie groß die Produktion ist, hast du dann eigentlich doch noch ein paar mehr Freiheiten, dass du, wie gesagt, jetzt den Abbau irgendwie vom Licht und so weiter nicht unbedingt mitmachen musst. Oder auch von Audio, was weiß ich, die PA runterbringen und so weiter. Aber trotzdem, du bist dann vielleicht um zwölf oder so, vielleicht dann auch mal mit allem fertig, bis du dann überhaupt erstmal ans Schlafen denken kannst, vergeht definitiv auch nochmal so eine Stunde, weil du einfach so aufgewühlt bist von diesen ganzen Blinky-Blinky und Eindrücken und laut. Ja, auch körperlich. Also genau, es ist laut, dann mittags ist die Halle wahrscheinlich scheiß kalt, dann kommen irgendwie 8000 Menschen rein, es wird knalle heiß, du schwitzt, kannst aber nicht sofort. Duschen und genau, so und dann, wie gesagt, dann bist du irgendwann so bei um eins, um halb zwei, was weiß ich, wo du dann irgendwie mal pennst und dann geht es am nächsten Tag um acht wieder raus oder um neun, ist ja auch egal, aber so und so geht es natürlich in einer Band vielleicht ein bisschen komfortabler, aber trotzdem schlaucht das einfach extrem und deswegen ist es klar, dass dann irgendwann wahrscheinlich auch ein Körper mal sagt, du, lass mal, nicht mit mir. Genau, nee, und wie gesagt, das Ding ist halt, das betraf ja jetzt nicht nur Aerosmith, sondern zum Beispiel auch die Robbie-Williams-Tournee oder auch die Westernhagen-Tournee. Ich meine, wir haben sie irgendwie alle in diesem Heft, ich weiß nicht, ob das ein Omen ist, ob das irgendwie an uns liegt. Und ja, wie gesagt, zumindest. Genau, Adele war noch dieses Jahr, die haben wir aber diesmal nicht im Heft. Richtig, genau, aber da war ja auch zumindest, ich weiß nicht, ob das letzte oder die letzten beiden Konzerte, die Abschlusskonzerte sozusagen von ihrer Tournee, musste sie ja absagen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr große, bekannte Halle, ich weiß leider nicht mehr, welche. Das war Wembley-Stadion. Wembley-Stadion, okay, Wembley-Stadion, ja, also irgendwas mit einem krassen Namen. Ja, genau, genau, und da hatte sie klar, also wie gesagt, wenn ich mich recht entsinne, waren es die drei Abschlusskonzerte, eins davon hat sie, glaube ich, noch gemacht und die anderen beiden mussten dann, wie gesagt, aufgrund von Krankheit abgesagt werden. Ja, wie gesagt, Robbie Williams, den hatten wir in der Commerzbank-Arena in Frankfurt gesehen im Sommer diesen Jahres. Das war auch, also Story am Rande, danach geht es wieder zur Krankheit, aber das war so ein Tag, wo es einfach brutal heiß war. Okay. Die hatten bei der Videotechnik, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Ventilatoren auf Technik gerichtet gesehen wie da, weil die einfach gesagt haben, ja, wir haben hier Medienserver, wir haben hier alles Mögliche stehen, was nicht so heiß werden darf und es war wirklich, es war so ein mega heißer Sommertag und was weiß ich, wie viele Ventilatoren da drauf gerichtet und dann hat es irgendwann angefangen zu regnen, aber als, wie es halt in Deutschland ist, wenn es mal warm ist und dann anfängt zu regnen, dann richtig. Und in der Commerzbank-Arena war halt das Hallendach zu und es hat einfach an allen möglichen Stellen reingeregnet, also es war einfach brutal, was da durch diese, durch dieses Dach durchgesickert ist. Das heißt, das ist so ein Dach, was man zufahren kann? Genau, genau, das ist so eine Plane im Endeffekt und das kann halt aufgespannt werden oder halt zugemacht und da, wie gesagt, hat nicht so gut funktioniert. Nee, das war echt, das war krass. Das war auch eine Lautstärke, ich dachte die ganze Zeit, okay, irgendwie die Leute unterhalten sich hier laut, aber es waren gar nicht, da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel in diesem Stadion drin. Das war Regen auf Plane? Und es war Regen auf Plane und das war richtig laut. Okay. Naja, zumindest haben wir Robbie Williams gesehen, ich weiß nicht, wie viele Wochen später, aber zumindest dann irgendwann wurde er dann auch, ich glaube, sogar relativ krass irgendwo, also was ich gelesen habe, weiß man ja nie, so Yellowpress-mäßig, aber irgendwie mit Intensivstationen und alles mögliche, also irgendwie scheint es den ordentlich erwischt zu haben. Genau, und die Tournee, wie gesagt, wurde dann auch abgesagt. Ja, genau, und dann haben wir noch den Herrn Westernhagen, da waren wir, da waren wir allerdings auf der Open-Air-Tour noch im Sommer und jetzt anschließend halt im Herbst sollte halt dann die, quasi das Pendant in den Hallen stattfinden. Okay, ist das dann eine Unplug-Tour oder? Das war, genau, das war, der hat ja dieses MTV Unplug gemacht und daraus haben die halt eine Tour gemacht und wie gesagt, im Sommer halt noch Open-Air und jetzt im Herbst dann in den Hallen. Okay. Und wie gesagt, ob er überhaupt gestartet ist in den Hallen, weiß ich noch nicht mal, aber ich habe jetzt halt gehört, dass definitiv auch die Tour erstmal abgesagt wurde. Okay. Ja. Ja, ist dir das privat schon mal passiert, dass du zu einem Konzert wolltest und das nicht stattgefunden hat? Glücklicherweise noch nicht. Okay. Nee, also auch reportagemäßig ist es mir ehrlich gesagt noch nicht passiert, dass ich irgendwo was machen wollte, obwohl doch Lady Gaga, ich wollte jetzt eigentlich, das war jetzt sogar Ende Oktober war das, da wollte ich eigentlich zu Lady Gaga nach Berlin und das wurde aber nichts, weil die auch ihre Tour irgendwie verschoben oder abgesagt hat, aber ich glaube, die Konzerte werden jetzt irgendwann Anfang nächsten Jahres nachgeholt. Das heißt, wir wissen beide nicht, wie man, weil das heißt ja immer, Karten können an den Verkaufsstellen zurückgegeben werden, so, das stelle ich mir halt mega nervig vor. Ja, also ich habe es, wie gesagt, selber noch nicht erlebt, aber wo ich halt die Ausbildung gemacht habe, das war natürlich auch so ein Thema in der Schule vor allem, weil da gab es ja auch irgendwie was, weiß ich, ein Fach, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt wahrscheinlich, Veranstaltungsmanagement oder irgendwas, wo es halt auch darum ging, was passiert eigentlich, wenn so ein Konzert abgebrochen, unterbrochen oder irgendwas wird. Und das Ding ist, wenn es vorher schon abgebrochen wird, dann hast du halt, also sagen wir mal so, der Veranstalter hat im Endeffekt eigentlich zwei Möglichkeiten, die er macht. Ja, Nummer eins, er bietet ein anderes Konzert an, also er sagt, okay, das Konzert findet nicht am, was weiß ich, Montag den 1.11. statt, sondern wegen Krankheit wird es halt verschoben auf den 1.2. des nächsten Jahres. Da hast du, glaube ich, sogar als Kartenbesitzer relativ wenig Chancen, wenn er dir einen Ersatztermin anbietet, dann hast du halt … Tickets behalten ihre Gültigkeit. Richtig, dann hast du halt leider Gottes, ich sage jetzt mal blöd gesagt, die A-Punkt-Punkt-Karte gezogen, wenn du da halt keine Zeit hast. Und wenn du dir für den ersten Termin schon Urlaub genommen hast, hast du halt auch Pech gehabt. Ja, das steht auch, glaube ich, in, ich würde jetzt mal sagen, fast in 100 Prozent aller AGBs steht das halt wirklich drin, dass, ja, dass das halt wirklich, solange sie einen Ersatztermin anbieten, kannst du den wahrnehmen oder die Tickets verlieren halt ihre Gültigkeit. Wenn kein Ersatz angeboten wird, ganz klar, dann wird halt, muss halt das Geld zurückgegeben werden, also dann ist es wirklich so, dass du eine Karte umtauschen kannst. Und, ähm, richtig spannend wird es aber, wenn ein Konzert, sage ich jetzt mal, beginnt oder auch ein Festival oder was auch immer und dann abgebrochen wird. Und, ähm, wenn ich mich recht entsinne aus, wie gesagt, meiner Ausbildungszeit, ist es so, dass ein Konzert zwei Drittel der Zeit oder ein Festival zwei Drittel der Zeit gespielt werden musste und dann gibt's gar keinen, da hast du gar keine Handhabe darüber, ob du jetzt da irgendwas wiederkriegst oder nicht. Ähm, dann, ja, ist es im Sinne, also kann der Veranstalter selber entscheiden, sagt er, okay, du kriegst ein Teil wieder oder er sagt, nee, du hast über die Hälfte oder über zwei Drittel mitgekriegt, das, da hast du halt Pech gehabt. Mhm. Das ist genauso, ähm, wenn jetzt die Länge eines Konzerts nicht dem entspricht, was, sage ich jetzt mal, der Wert einer Karte ist, also wenn du dir jetzt, sagen wir mal, für ein Madonna-Konzert holst du dir eine Karte, kostet dich, was weiß ich, 100 Euro, gehst hin und die sagt nach 20 Minuten, pfff, Leute. Hallo Marilyn Manson. Quasi. Nee, und die sagt dann, ich habe keine Lust mehr, ich bin dann mal weg, viel Spaß. Dann hast du sogar auch das Anrecht zu sagen, ich möchte mein Geld zurück, weil das ist definitiv nicht, ähm, der Kartenpreis entspricht nicht der dargebotenen Leistung beziehungsweise der Dauer einer solchen Leistung. Okay. Allerdings, äh, wie gesagt, da habe ich bis jetzt noch kein konkretes Beispiel drüber, ich, mich würde es wirklich mal interessieren, ähm, ob das irgendwie läuft, weil das ist natürlich immer so ein bisschen, äh, ne, ja, Auslegungssache sozusagen, wenn du da hingehst und sagst hier, ähm, ich will da mein Geld zurück, können die natürlich sagen, pff, nö, du, das ist halt so bei Madonna. Das ist wirklich interessant, jetzt bei, bei irgendwelchen Punk-Bands so, ja, die haben nur 40 Minuten gespielt, ja gut, aber die haben 40 Songs durchgeprügelt, aber also. Ja, also das ist, ähm, wie gesagt, das ist natürlich immer so die Sache, es gibt, ähm, es gibt Gesetzmäßigkeiten und es gibt, äh, Richtlinien oder was auch immer, aber wie die dann umgesetzt werden, das ist natürlich dann oftmals so eine Grauzone, ähm, ja, und bevor da jetzt jemand irgendwie vor Gericht geht und ein Veranstalter verklagt, weil er sagt, hier, ich will meine 100 Euro wieder haben, weil Madonna nur 20 Minuten gespielt hat, wird wahrscheinlich auch so gut wie keiner machen, wenn es da mal irgendwie einen Fall gibt, ähm, ja, entweder bei uns melden, oder wir finden es raus, das würde mich echt mal interessieren. Warst du denn mal bei Konzertunterbrechungen dabei? Also da habe ich zwei Beispiele, an die ich mich erinnern kann. Okay. Ähm, das erste war, ja gut, das war ein Festival, aber da hat, äh, System of a Down mitten im Showcase kam jemand auf die Bühne, hat gesagt, sie sollen aufhören, ähm, das war auch das einzige Mal, dass ich richtig Angst um mein Leben hatte, weil ich hab gemerkt so, also ich war halt so im Moshpit in der Menge und ich hab irgendwann gemerkt, okay, ich kann nicht mehr, das passiert ja ab und zu und dann gehst du halt drei Meter weiter und erholst dich. Und ich habe 20 Minuten gekämpft, um an irgendeine Stelle zu kommen, wo ich mich mal beruhigen konnte und halt innerhalb dieser 20 Minuten dachte ich so, boah, fuck, das packst du nicht. Krass. Und, äh, ja, also ich war dann schon an der Stelle, wo ich gesagt habe, okay, hier kann ich stehen, hier kann ich mich erholen und dann kam aber jemand und hat gesagt, wir müssen mal die Leute runterbringen, äh, so geht's nicht weiter. Krass. Aber, ja, das war eine Unterbrechung, sie haben dann auch geschimpft, so, warum passiert das immer uns? Und das andere Mal war bei einem Ärzte-Konzert, wo vorne die Wellenbrecher gebrochen sind. Uuuuh. In der, in der Münchner Olympiahalle und das war sehr, sehr faszinierend, weil die Ärzte einfach ihr Publikum wahnsinnig im Griff haben. Ja. Also sie haben dann auch unterbrochen und haben halt gesagt, Leute, wir haben hier gerade eine gefährliche Situation für die Leute von der Presse und von den Securities, weil normalerweise stehen die Wellenbrecher und ihr drückt gerade auf die drauf. Mhm. Ähm, setzt euch alle mal hin. Und dann war halt langes Warten angesagt und dann kam, also, und dann kam sie auch nochmal und haben gesagt, Leute, wir versprechen, wir spielen, wir spielen immer lang, aber heute spielen wir übertrieben lang, aber ihr habt noch ein bisschen Geduld. Und haben halt dann auch, als alles umgebaut war, Witze gemacht, von wegen, sie hätten nicht die billigen Wellenbrecher nehmen sollen und ich hab dir gesagt, das lohnt sich nicht. So ein Quatsch. Aber, also, das hätte durchaus mehr ins Auge gehen können, aber dadurch, dass halt sie wirklich sehr gut auf die Fans eingewirkt haben und die alle gespurt haben, sich wirklich alle zusammen zwei Meter zurückgegangen, alle zusammen auf den Boden gesetzt, keiner aus der Reihe getanzt. Das ist Wahnsinn. Ja, krass. Nee, sowas hab ich, also, das Einzige, immer noch, nicht dramatisch, aber das Einzige krasse bei mir war ja immer noch die Love Parade, die letzte, die es gab. Okay. Wo ich selber ja vor Ort war. Das hast du, glaube ich, im Podcast noch gar nicht erwähnt. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, genau, da war ich selber vor Ort und da haben sie aber nicht abgebrochen. Also, da sag ich bis heute noch, wäre es meiner Meinung nach trotzdem, ja, sinnvoll gewesen oder wie auch immer, das Ding irgendwie abzubrechen oder was weiß ich. Aber da haben sie es ja nicht gemacht. Genau, aber das war ja auch, ja, hätte genau so ein Abbruch werden können, wie auch immer. Aber ansonsten, nee, also, wie gesagt, wir haben in der nächsten Ausgabe auch eine Reportage über Guns N' Roses. Da war ich jetzt selber nicht, sondern ein Kollege von mir. Und da war es aber auch so, dass da im Endeffekt schon auf dem Hinweg hat er geschrieben und mir erzählt, dass da schon Chaos war, weil halt Unwetter und alles Mögliche und die Bahnen halt kaum fuhren. Und irgendwann ist er dann angekommen. Dann kam auch die Band auf die Bühne. Das wurde dann aber, glaube ich, nach ein paar Minuten, gerade irgendwie im Solo von Slash, wurde das dann im Endeffekt unterbrochen, weil sie gesagt haben, okay, Leute, mal bitte ganz schnell irgendwie indoor, das war, glaube ich, Hannover Messe oder so. Und da war auch Outdoor. Und dann haben sie die aber reingeleitet in die Halle, weil es dann halt auch unwettermäßig war. Und ich glaube, es ging dann irgendwann um kurz nach elf oder so, ging das Konzert dann weiter. Und die haben irgendwie bis halb zwei nachts oder so gespielt. Also auch echt krass. Aber das war halt auch so eine Unterbrechung, wo ich dann auch wirklich immer so, ich sage jetzt mal, den Hut vor so einer Band ziehe, die dann trotzdem sagt, okay, wir machen dann danach und machen noch mit derselben Power weiter und machen vor allem mit derselben Länge eines Konzerts weiter und nicht sagen, naja, dann wir verschieben es einfach. Da haben sie wahrscheinlich dazugelernt. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, dass die zusammen mit Metallica auf einer Nordamerika-Tour waren. Und das war, ich weiß gar nicht, war es Nordamerika oder war es eine Welttour? Auf jeden Fall hat sich James Hetfield, der Sänger von Metallica, hat sich an dem Tag abgefackelt. Der stand in einer Pyro drin, wo er nicht hätte stehen sollen. Und da hat sich halt am Arm das Fleisch vom Knochen gelöst. Der konnte also nicht mehr Gitarre spielen. Und ja, halbe Gesicht angesenkt, da hat er heute auch noch Narben. Und dann musste Metallica halt absagen. Und Guns N' Roses hat halt dann, weil Axl Rose sich nicht ganz fit gefühlt hat, auch abgesagt. Und das ist dann wohl ziemlich eskaliert, sodass das Publikum randalierend durch die Stadt gerannt ist. Und ja gut, aber die waren auch jung und viel zu schnell erfolgreich. Und wahrscheinlich haben die mit den Jahren einfach gelernt. Ja, klar. Ich meine, bei Unwetter kann jeder verstehen, wenn du es nicht durchführen kannst, kannst du es nicht durchführen. Aber dann finde ich es auch klasse, wenn sie halt dann doch noch abliefern. Ja, definitiv. Übrigens witzige Geschichte, wie gesagt, James Hetfield konnte nicht mehr Gitarre spielen. Sie haben die Tour dann aber fortgesetzt und hatten Roadie, der gesagt hat, er hat es drauf, haben das ausprobiert. Der konnte spielen und dann hat er nur noch, James Hetfield hat nur noch gesungen. Und die hatten für eine Tour einen Roadie, der die Gitarre gespielt hat. Krass. Ja. Vom Roadie zum Millionär oder wie war das? Sehr krass. Ja, cool. Wie gesagt, zumindest das war gesundheitsmäßig dieses Jahr, hat es die Größen der Musikbranche zumindest ein paar irgendwie weggewedelt. Allerdings. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass so Konzerte für Mensch und Maschine anstrengend seien. Also wir haben jetzt hier gerade gesagt, hier krankheitsbedingt, weil viel unterwegs, weil anstrengend. Es gibt aber auch Situationen, wo das Material ganz schön was aushalten muss. Da haben wir auch ein konkretes Beispiel und zwar warst du im Summer Beach, in der Summer Beach Arena, Summer Beach Arena Rimini. Genau. Ich sag das mal oft hintereinander. Unter anderem mit den Chemical Brothers, oder? Genau, genau. Also das war, das war so oder ist in Rimini so eine, ich sag jetzt mal Konzertreihe, wie auch immer. Geht glaube ich über anderthalb Monate. Und die haben da halt eine Bühne direkt am Strand oder auf dem Strand oder wie man es auch immer nennen mag, zumindest direkt am Meer. Und da spielen halt, da gibt es halt ganz unterschiedliche Konzerte, Shows, wie auch immer. Und unter anderem, wie gesagt, war halt an einem Abend, waren halt auch die Chemical Brothers und einige andere DJs da fort. Ich glaube, ich stelle mir das gerade im Kopf komplett falsch vor. Bestimmt. Ja. Also ich stelle mir gerade die Bühne hin zum Meer vor. Und das Publikum, wenn es so lange da steht, kommt die Flut und macht sie weg. Genau. Wie bei das letzte Einhorn oder so. Da kommen plötzlich die Bullen aus dem Meer. Okay, anderes Thema. Ja, auf jeden Fall, du hast schon gesagt, es ist am Meer. Das heißt, eigentlich gute Meerluft, aber. Ich würde die Asthmatiker jetzt sagen, ja. Ja, hallo, Heuschnupfen Joe, wie gesagt, es ist ganz toll am Meer. Aber fürs Material ist das ja nicht so ideal. Nee, das ist eigentlich fast schon der, der, ja nicht der Tod, aber es ist schon echt heftig. Also wir haben das auch mal an einer anderen Stelle schon mal erörtert und herausgefunden, es war, wir hatten mal eine Reportage über einen Robinson-Club, der, glaube ich, in Spanien war, Südspanien in Malaga. Genau. Und den hatten wir halt besucht und haben da halt mal geguckt, was da so der Veranstaltungstechniker macht, was da die Technik macht und so weiter und was die da einsetzen und alles mögliche. Und der liegt ja auch direkt am Meer. Und wie gesagt, genauso wie bei der Summer Beach Arena, das ist halt, da ist es halt wirklich nur, nur in Anführungsstrichen über anderthalb Monate, was das Material da im Endeffekt steht. Beim Robinson-Club ist es dauerhaft verbaut. Klar, für jeden Touristen, für jeden, der irgendwie am Meer sein kann, ist es total cool, weil es ist schön warm. Man hat, wie gesagt, die frische Brise vom Meer. Man hat, ja, frische Luft und alles Mögliche. Allerdings hast du am Meer natürlich auch immer eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Und du hast natürlich auch bei Wind hast du halt brutale Probleme mit Sand beziehungsweise Staub oder ganz kleinen, feinen Sandkörnchen und so weiter. Und Salz wahrscheinlich auch. Und Salz, genau. Und das ist natürlich im Endeffekt eigentlich der, wie gesagt, nicht der Tod für Equipment, aber es ist schon brutal anstrengend. Also wenn man irgendwie mal sich einen Scheinwerfer oder einen Lautsprecher mit Lüfter anguckt, der irgendwie, ich lasse es nur eine Woche oder anderthalb irgendwo in einer Halle hängt oder sonst wo, wo es vielleicht ein bisschen staubig ist, dann sieht man schon, wie dreckig das danach ist. Und wenn man sich jetzt überlegt, das ist irgendwie einen ganzen Monat oder anderthalb Monate am Meer, wo der Dreck reingesogen wird durch die Lüfter und dazu halt noch das ganze feuchte Klima auf Platinen und Lautsprecher und so weiter wirkt, dann muss das schon ordentlich was aushalten. Ja. Und so war es halt in Rimini auch. Also da hat man schon beim Bildermachen, also die haben jetzt nicht ihr bestes Material dahingestellt, das hat man schon gesehen. Also die Lautsprecher, die Subwoofer, die hatten kaum noch vorne irgendwie diesen Filz oder was das ist. Der war wirklich komplett zerlöchert. Und auch bei den Scheinwerfern hat man schon gesehen, dass die ihre besten Jahre eigentlich hinter sich haben. Aber es ist klar, da stellst du jetzt irgendwie nicht den neuesten Martin, GLP, Claypucky oder sonst was Scheinwerfer hin, sondern da guckst du halt, dass du vielleicht, wie gesagt, nicht das aktuellste Material nimmst. Oder halt, wenn es wirklich gefordert wird, dass dies oder das da eingesetzt wird, schaust du halt, dass das entweder abgebaut wird nach einem Konzert oder irgendwie geschützt wird. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Gibt es denn irgendwie Präventivmaßnahmen, die man ergreifen kann? Also ich denke jetzt gerade an diese aufblasbaren Bubbles, die zum Beispiel gegen Regenschützung sind. Bubbles. Ja, wie nennt man es denn? Die Dome. Dome, okay. Also der Dome, ich weiß nicht, wie das auf... Dome! The Dome! Wie das auf, ja, auf Deutsch eingedeutscht. Korrekt heißt es immer. Die Bubble. The Domes. Genau, so nennt man es eigentlich. Ja, die sind natürlich in erster Linie eigentlich dafür da, ein Gerät vor Regen zu schützen. Aber auch da hast du wieder das Problem, dass natürlich das Ganze aufgeblasen wird durch einen Lüfter. Also es wird natürlich Luft angesogen, der sozusagen die Luft von unten hochpustet und damit den ganzen Dome halt aufbläst. Deswegen wäre das eine Möglichkeit, aber eigentlich auch keine coole. Ja, also irgendwann ein Kilo Sand mit. Richtig. Ansonsten während einer Veranstaltung hast du da eigentlich kaum eine Chance, das in irgendeiner Art und Weise zu schützen, weil du hast natürlich das Problem, dieser Lüfter muss halt frei sein, weil sonst macht der Lüfter keinen Sinn. Du kannst den nicht abkleben oder irgendwas. Du kannst halt wirklich eine ganz einfache Methode, wenn du weißt, okay, das Material steht jetzt irgendwie eine Woche hier, relativ unbenutzt, dann guck halt, dass du es in eine Mülltüte oder irgendwas einwickelst, dass wirklich da jetzt nicht zu viel passieren kann. Obwohl das natürlich auch schon wieder schwierig ist, weil Feuchtigkeit halt einfach kriecht. Und wenn du da irgendwo einen kleinen Spalt hast, dann zieht die Feuchtigkeit da trotzdem rein, kondensiert und dann hast du halt, ich sag jetzt mal blöde gesagt, richtig das Wasser da drinnen stehen und das ist halt auch doof. Deswegen, ja, es ist schwierig, da irgendwie einen Tipp zu geben, was man da am besten machen kann. Eigentlich, ja, musst du eigentlich im Endeffekt durch. Okay. Wenn man so eine Veranstaltung macht, dann nachgucken, dass man wirklich das ganze Material im Lager oder irgendwas ordentlich reinigt, mit dem Hochdruckreiniger oder so, die Lüfter einfach mal frei bläst und vielleicht auch mal das ganze Gehäuse auseinandernehmen. Auch bei den Lautsprechern auf jeden Fall gucken, dass man das Schutzgitter vielleicht einfach mal abmacht und guckt, dass sich der Lautsprecher sozusagen noch die Membran noch leicht bewegen lässt. Dass da auch vor allem keine Sandkörner oder so drin sind, weil sobald da natürlich ein Riss drin ist, dann kannst du das Ding eigentlich entsorgen oder musst du halt austauschen. Ansonsten während der Veranstaltung, wie gesagt, hast du da relativ wenig Chancen, das ganze Ding irgendwie, ja, so abzudecken, dass es 100 Prozent, also 100 Prozent kriegst du es eh nicht hin. Wie gesagt, ansonsten gucken, dass man es irgendwie ein bisschen schützt, aber nicht so, dass das Ganze nicht mehr atmen kann. Ja, gut, das heißt, was haben wir da für Szenarien? Also wir haben die Bühne direkt am Strand, wir haben wahrscheinlich Hotels, die nah am Strand sind, die aber auch Abendveranstaltungen haben und so weiter. Da hatten wir ja schon den Robinson Club. Wahrscheinlich in Skigebieten ist es ähnlich. Also keine Ahnung, wenn du da auf 1200 Metern deine Hütte hast und da auch eine Terrasse und so weiter. Ja, auch generell, also da ist es sogar so, da muss es noch nicht mal eine Festinstallation sein, da reichen ja auch wirklich schon ein paar Stunden. Also das Ding ist halt einfach, da hast du halt ganz andere Probleme, wenn du da, sagen wir mal eine Bühne irgendwo hast in einem Skigebiet und du musst halt Kabel vom FOH zur Bühne verlegen. Klar, die musst du halt irgendwo im Schnee verlegen, verbudeln, vergraben, wie auch immer. Bei Stromkabeln muss man halt gucken. Die erzeugen natürlich auch eine gewisse Hitze. Das bedeutet, wenn man die jetzt irgendwie einfach nur oben auf dem Straufen auf dem Schnee legen würde, dann würden die relativ, also die werden halt warm und dann sacken sie ab. Und dann hast du da halt irgendwie eine Pfütze oder wieder eine Stolperfalle oder sonst irgendwas. Weil sobald natürlich dann das entstandene Wasser dann wieder gefriert, dann ist auch doof. Das bedeutet, da guckt man sehr oft, ja, dass man es wirklich in Kabelbrücken natürlich manchmal, aber oft wird es halt einfach nur verbuddelt. So, und dann hast du da schon nach ein paar Stunden eigentlich das Problem, dass das Kabel einfach komplett eingefroren ist. Und da ist dann natürlich das Ding, da muss man halt einfach megamäßig aufpassen, wenn man dann das Ganze wieder abbaut, dass man nicht sofort das Kabel irgendwie zusammenwickelt, weil dann sind Kabelbrüche eigentlich vorprogrammiert und dann bringt das Ganze auch nichts. Sondern dann wirklich gucken, okay, am besten beim Abbau schauen, dass man die Kabel halt zuerst aus dem Schnee nimmt und dann irgendwo hinlegt, auf die Bühne oder in FOH oder irgendwo hin, wo es halt wirklich erstmal, sag ich jetzt mal, tauen kann. Und dann irgendwann hat das natürlich seine Flexibilität wieder und dann kann man es auch aufwickeln, beziehungsweise dann kann man es halt irgendwo auch hintun und dann später aufwickeln. Aber wie gesagt, nicht direkt, nachdem man es rausgenommen hat, versuchen mit Gewalt irgendwie das Ding da aufzuwickeln. Und klar, bei den Lautsprechern, Scheinwerfern und so weiter, die sind natürlich auch bis zu einer gewissen Temperatur abgesichert und abgedeckelt. Aber wie gesagt, na klar, ist es Kälte und das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt der Freund von so einem Gerät. Und auch da hast du natürlich wieder das Thema Luftfeuchtigkeit, auch wenn man das nicht so sehr merkt, weil es halt einfach kalt ist. Aber auch da, wenn es schneit oder so, muss man im Endeffekt ein Gerät genauso behandeln, wie wenn es regnen würde, weil Schnee ist ja auch nichts anderes. Klar, wie du schon gesagt hast, dann wird es warm auf den Lautsprechern und dann hast du Wasser. Ja, richtig, genau. Die Feuchtigkeit findet ihren Weg. Wasser kriecht. War denn in Rimini, war das eine fest installierte Bühne oder war die für das Event aufgebaut? Genau, also die war im Endeffekt für diese Summer Beach Arena aufgebaut. Also jetzt nicht nur für die Chemical Brothers, sondern generell für diese anderthalb Monate. Anderthalb Monate geht das? Ja, genau. Also wie gesagt, das ist halt jeden Abend eine andere. Ah, krass. Oder nicht jeden Abend, aber einmal, zweimal die Woche oder irgendwie sowas sind halt andere Acts irgendwie. Genau, und für diesen Zeitraum war die Bühne da fest installiert, aber jetzt nicht generell, dass da irgendwie am Strand das Ding da ständig steht. Gut, in Rimini ist ja der Strand auch weitläufig. Wenn dich die Musik stört, dann gehst du halt 500 Meter weiter. Ja, aber ich meine, Rimini ist ja wirklich, also musste ich ja jetzt auch dann da feststellen, dass es ist ja auch nichts anderes eigentlich als Lorette, Marbe, Allermann, irgendwas. Also das ist, glaube ich, echt so mehr die Partyhochburg. Wenn du da halt sagst, okay, die Musik stört dich, dann bist du irgendwie auch komplett Fehlernplatzer. Ja, nee, mich hat es nur interessiert, weil ich langsam zum nächsten Thema kommen wollte und zwar, wenn du Veranstaltungen an Orten austrägst, die nicht per se für Veranstaltungen gedacht sind, weil ich war beim Red Bull District Flight in Nürnberg. Okay, cool. Und also im Prinzip ist es so, dass da Mountainbiker ein Parcours abfahren und dabei Tricks zeigen und die Besonderheit in dem Fall war halt, dass sie nicht irgendwie durch so einen Bikepark gefahren sind, sondern halt mitten durch die Nürnberger Altstadt. Okay. Also das heißt, der Start war wirklich, von dieser Nürnberger Burg sind sie quasi direkt von der Mauer in die erste Schanze gesprungen und haben am Rathaus vorbei, dann sogar in dem Parcours war das Rathaus mit integriert, denn der quasi, wenn der ganze Parcours zu Ende war, dann gab es das große Finale, dann sind sie quasi unten ins Rathaus reingefahren, in den Aufzug, in den vierten Stock gefahren. Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad, ja. Okay. Sind da hochgefahren und dann aus dem vierten Stock war sie bei 15 Metern Höhe aus dem Rathausfenster wieder raus und haben sich da die letzte Rampe runtergestürzt. Okay. Genau und ja, ich glaube der Aufbau hat acht Tage gedauert und ja, da musst du halt, also allein die Genehmigung zu bekommen, das war jetzt glaube ich das fünfte Mal, dass sie das gemacht haben, das letzte Mal davor war es 2014 und ja, die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, haben gesagt, mittlerweile funktioniert es ganz gut, aber am Anfang war das ein krasser Kampf, aber es war halt auch total faszinierend, an was du da alles denken musst, also sie haben zum Beispiel ein Sorgentelefon für Anwohner. Okay. Weil zum Beispiel ja auch Parkplätze blockiert werden, Garagen und so weiter und ja, also sie sagen, ganz, ganz wichtige Komponente ist, in den Dialog mit den Betroffenen zu treten, dass die sich ernst genommen fühlen und ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, gab es über die ganzen Tage irgendwie drei Beschwerden. Bei 90.000 Zuschauern ist das ein guter Schnitt, waren sie relativ zufrieden mit und ja, also musst du dir halt auch Gedanken machen, wie du das Ganze optimierst, weil also es waren halt teilweise, war der Parcours aus Holz gebaut, da haben sie auch. Okay. Das wäre jetzt eh meine Frage gewesen, weil ich sage mal, solche Parcours, also ich war irgendwie bei den X-Fighters oder wie das auch immer hieß hier in München und so ein Parcours besteht ja eigentlich immer zu 100 Prozent aus Erde oder Dirt, wie die es nennen. Ich meine, du kannst ja jetzt nicht die ganze Nürnberger Innenstadt voll ballern mit irgendwie Erdmassen und daraus ein Parcours bauen. Deswegen, wie gesagt, wäre jetzt meine Frage echt gewesen, wie haben die den Parcours denn bitte überhaupt generell gemacht? Also es war eine Mischung aus verschiedenen Materialien. Sie haben relativ viele Leiergerüste genommen, haben teilweise aus Holz gefertigt, wobei sie da auch sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass hinterher quasi man konnte sich bewerben, um ein Stück der Strecke zu gewinnen. Das heißt, sie haben jedes Stück Holz, was sie gebaut haben, später verschickt. Okay. Also haben das quasi recycelt. Und du hast vollkommen recht, das begehrte Material ist Dirt, also Erde. Ja. Man kann auch nicht auf andere Materialien ausweichen, weil, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn man sich zu sehr in die Kurve legt und die Pedale halt den Boden berühren, dann wird es sich halt bei Gummi oder Holz richtig krass aufstellen. Okay. Und Erde gibt halt nach, so da kannst du noch durchrutschen. Und ja, 2014 war es auch noch so, dass, glaube ich, 700 Kubik Erde in die Altstadt geschafft wurde. Und das heißt, die sind da mit richtig, mit 30 Tonnern richtig viele angekommen und haben halt mitten quasi einen Haufen in die Innenstadt gesetzt. Kenn ich. Und ja, das Problem ist nicht nur, es hinzubekommen, sondern es dann auch wieder wegzukriegen. Und weil das versaut auch den Boden und so weiter. Und dieses Jahr haben sie es da das erste Mal so gelöst, dass sie wieder ein Leiergerüst gebaut haben und darauf dann die Erde geschüttet haben. Okay. Waren auch überall Planen in der Nähe, weil, wie gesagt, acht Tage Aufbau, da regnet es auch mal. Und gerade bei den Holzgerüsten mussten dann immer schnell die Planen drüber, damit sich das Holz nicht vollsaugen kann. Und ja, der Steffen, mit dem ich gesprochen habe, meinte aber, der Wettergott ist wohl Mountainbiker. Also es ist ein Training, Trainingstag ist weggefallen, aber quasi am Tag der großen Show war absolut solides Wetter. Und ja, ja, aber also die Show war krass, aber man macht sich halt keine Gedanken darüber. Man kommt da hin, so es sind wahnsinnig viele Menschen, so es wird dir was Tolles geboten. Aber du machst dir überhaupt keinen Kopf darüber, dass, okay, wie kommt da jetzt die PA, da ist ein Vordach drunter, so wie, wie haben sie sie ums Eck gebracht und was passiert? Also auch zum Beispiel Sicherheitskonzept, so du kannst nicht überall Betonpfeiler hinmachen oder also sie sagen, es wird mittlerweile nicht mehr gewünscht, dass man Betonpfeiler hinmacht, weil wenn halt dann was ist und zum Beispiel Notarzt durch muss, dann ist es halt extrem schwer, die wieder wegzubekommen. Und deswegen ist bei ihnen das Sicherheitskonzept, dass sie alles mit Autos machen, also mit ihren Sprintern, weil sie sagen, die sind sowieso im Einsatz und dann kannst du damit Zugänge blockieren, kannst aber dann im Fall der Fälle auch relativ schnell wieder Platz machen und ja, das war auch interessant. Aber also wie gesagt, so mitten in der Altstadt und 90.000 Menschen ist einfach eine brutale Menge. Also ich hatte streckenweise wirklich, also der ganze Parcours war 700 Meter lang und ich wollte natürlich Eindrücke von überall haben und als dann die Richtung Finale ging, hatte ich wirklich Schwierigkeiten, an den Punkt zu kommen, wo ich, wo ich gute Fotos machen kann, weil einfach, du, du kommst da nicht mehr durch die Leute durch. Ich meine klar, die bleiben stehen, weil sie gucken wollen und wenn du dann weg willst, das war, das war nicht ohne. Ja, krass. Und dann halt, also mei, kostenloses Event, da ist halt dann, genau, da ist dann viel los. Ich finde das halt wirklich, ich finde es immer wieder schön zu sehen, ja, ich sage jetzt mal, wie breit eigentlich so diese Veranstaltungstechnikbranche aufgestellt ist. Ja. Weil ich sage mal, das sind natürlich Events, wo man sich in erster Linie überlegt, was brauche ich jetzt bei Mountainbiken, also warum, erstens, warum fahren wir da hin als technisches Magazin? Kein Lichter. Und berichten, ja genau, es ist kein Lichter, ja okay, es wird eine Tribüne oder der Parcours halt gebaut, aber dass man sich dann halt auch mal überlegen muss, dass bei so einem 700 Meter langen Parcours, das natürlich eigentlich überall die Leute nicht nur sehen, sondern natürlich auch hören wollen, dass dann, was weiß ich, LED-Wände, Beschallung und so weiter alles nötig ist, das überreißen halt die wenigsten. Und da finde ich es halt echt faszinierend, halt wirklich zu sehen, okay, dass diese Branche, in der wir hier arbeiten und sind, eigentlich echt ganz schön breit gefächert ist. Dass es nicht nur um Theater und Konzerte geht, sondern um viel, viel mehr. Ja, und dass es halt auch um kreative Problemlösungen geht, dass es halt immer wieder Szenarien gibt, wo man sagt, okay, da muss man jetzt ein bisschen Hirnschmalz versenken, um da eine gute Lösung zu finden. Und eben halt auch eine Lösung, wo man sagt, okay, nicht nur, ich habe jetzt das Event durchgezogen und danach ist da verbrannte Erde, sondern man möchte dieses Event bei Erfolg ja eventuell wiederholen. Das heißt, man muss ja auch Lösungen finden, die wirklich mehrere Parteien glücklich machen und das ist schon eine Herausforderung. Verrückt. Ja, da sind dann wahrscheinlich mehr die Veranstaltungs-Kaufleute, Event-Manager und so weiter gefragt als die Techniker, weil, wie gesagt, technisch, ja, ist ein bisschen was geboten, aber es ist jetzt halt, ja, okay, du musst halt gucken, dass du irgendwo ein paar Lautsprecher aufstellst und guckst, dass die Zuschauer an der ganzen Strecke irgendwie gut versorgt sind. Aber, wie gesagt, so dieses ganze Planungsmäßige ist da, glaube ich, viel krasser. Ja, und in dem Fall fand ich noch die Finanzierung interessant, weil ich dachte, okay, was macht das für einen Sinn? Also 90.000 Leute, aber von denen hat keiner Eintritt gezahlt. Also du musst die Fahrer rankarren, du musst dir die Innenstadt sperren und es ist halt so, dass, also ja, klar, die, also es war ja eine Red Bull-Veranstaltung, das heißt, das ganze Catering, die ganze Getränkeversorgung lief über die. Dann haben sie das Ganze halt für ihre Fernsehsender aufbereitet, das heißt, sie hatten Moderation vor Ort und hatten dann nochmal englische Moderation für den weltweiten Livestream und haben halt dann quasi, die generieren Einnahmen dadurch, dass sie quasi Werbeminuten im Fernsehen verkaufen. Haben ihre eigenen Sender, zeigen ihren Content, den kein anderer hat und können da dann Werbeminuten verkaufen und so finanzieren die dann so eine Veranstaltung, wo sie sagen, okay, hier muss so und so viele Tage die Stadt gesperrt werden. Und da ist auch so, warum Nürnberg, weil Nürnberg ein Gefälle hat, so in der Innenstadt, so das heißt, ja, Mountainbiker muss eh bergab fahren, das trifft sich also ideal. Und es ist halt eine Altstadt mit einer Burg, mit einem alten Rathaus und das heißt, die Kamerabilder mit Zeitlupen sehen halt geil aus und so entsteht sowas dann. Aber da habe ich mir auch vorher nie Gedanken drüber gemacht. Eben, sehr cool. Mensch, ordentlich was erlebt, diesen Spätsommer. Ja, das ganze Jahr. Ja, aber also es ist immer wieder was Neues dabei, also mir macht es großen Spaß, muss ich sagen. Ne, deswegen sage ich ja, wie gesagt, das ist diese, diese Branche hat sich aber auch wirklich auch in den letzten, ja, doch vielen Jahren, aber trotzdem eigentlich so mega entwickelt, dass es echt so breit gefächert ist, dass es auch echt nicht langweilig wird. Also, wie gesagt, was früher einfach mal noch ein bisschen Konzert, bisschen Theater war, ist halt jetzt, wie gesagt, geht in sowas über, in der Formel 1 ist genügend Veranstaltungstechnik verbaut und, und, und. Ich meine, wenn selbst ein Riedel irgendwie hier einen Sprung aus dem Weltall hier vom Herrn Baumgarten oder wie er heißt, damit involviert ist und seine Technik darstellt, damit die Übertragung funktioniert, hat ja auch irgendwo was mit Veranstaltungstechnik zu tun. Und das ist halt schon echt, echt cool. Und deswegen macht es auch mir nach wie vor Spaß und, ja, ich hoffe allen, allen anderen und dem Nachwuchs auch. Ja, gerade auch beim Nachwuchs, das muss ja nicht immer der Sprung aus dem Weltraum sein, sondern es sind ja auch ganz kleine Veranstaltungen, wo man dann vielleicht die finanziellen Mittel nicht hat und dann aber Leute da sind, die einfach kreativ was aus dem Hut zaubern. Ja, definitiv. Also, absolut. Das ist, das ist ja gerade genau das Ding. Auch gerade, gerade in jungen Jahren, finde ich, lernt man halt, wenn man kreativ arbeiten möchte, lernt man das eigentlich in jungen Jahren, beziehungsweise muss, man muss ja noch nicht mal jung sein. Aber am Anfang so einer Karriere, sage ich jetzt mal, wenn man halt noch keine großen Budgets hat und wenn man halt wirklich eine Veranstaltung aber trotzdem cool in Szene setzen will, muss man da halt wirklich sich hinsetzen und echt überlegen, wie mache ich aus dem, was ich zur Verfügung habe, einfach das bestmögliche Ergebnis. Und das geht halt einfach nur mit Kreativität, egal wie man die auch immer einsetzt. Genau. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns aufs nächste Jahr. Vor Weihnachten müssen wir jetzt schon sagen. Ja, tatsächlich ist es ja so. Rutscht gut, habt schöne Feiertage dann irgendwann im Dezember und checkt fürs nächste Jahr unseren Kalender aus. Ja, der, das ist sowieso das Beste. Ne, genau. Schöne Feiertage, allen zusammen viel Spaß bei den diversen Silvesterfeiern, privat oder beruflich oder wie auch immer. Und ja, genau, wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr weiterhin hören, sehen und lesen. Und wie gesagt, wenn was ist, contacted us. Genau. Der Metallica-Cliffhanger ist platziert. Wir sehen uns nächstes Jahr. Genau so ist es. Alles klar. So, Simon, du musst jetzt irgendwie noch 13 Sekunden rumbringen, damit wir die Stunde voll haben. Echt, wir haben noch keine Stunde voll? Ne. Das ist ja peinlich. Dann müssen wir jetzt, dann reden wir jetzt doch schon über Metallica. Okay. Ne, machen wir nicht. Okay, jetzt haben wir die Stunde voll. Also Leute, bis dahin. Bis dann. Tschau. Bis dann. Tschau.